Zum Beispiel von Midjourney, so wie im Blog letztes Mal angesprochen, bei Homebase Zukunft geht es hier um die veränderbaren Bilder, die die KI erzeugen. Die Tipps und Tricks zu KI-Bildern. Und in dem Fall habe ich gesagt, bitte, ich mag ein blondes Mädchen mit einem pinken Helm, ich suche mir da wieder Variation aus, das Fahrrad soll auch noch pink sein und da habe ich wieder mit Vary Region das Fahrrad verändert. Gleichzeitig sollte es Mädel gesponsert sein von der Vertriebsrakette und dann komme ich da zu dem Ergebnis. Zu dem Thema, inwieweit kann man mit Vary Region in Bildern Sachen verändern. Eines der coolen Features, die Midjourney mittlerweile bietet.